Forscher an der Universität Oxford haben in einem dreijährigen internationalen Forschungsprojekt herausgefunden, dass Menschen eine natürliche Tendenz haben, an Götter und ein Leben nach dem Tod zu glauben. Das Projekt, genannt Cognition, Religion and Theology, umfasste 57 Forscher, die in 20 Ländern über 40 verschiedene Studien durchführten. Die Studien, sowohl analytisch als auch empirisch, kamen zu dem Schluss, dass Menschen dazu neigen, an Götter und ein Leben nach dem Tod zu glauben. Die Forscher weisen darauf hin, dass das Projekt nicht darauf ausgerichtet war, die Existenz Gottes zu beweisen oder zu widerlegen, sondern herauszufinden, ob Konzepte wie Götter und ein Leben nach dem Tod rein erlernte oder grundlegende Ausdrucksformen menschlicher Natur sind. Das Projekt wurde von Dr. Justin Barrett vom Center for Answer Repology and Mind an der Universität Oxford geleitet und nutzte Forschungsergebnisse aus einer Reihe von Disziplinen, einschließlich Anthropologie, Psychologie, Philosophie und Theologie. Die Ergebnisse sollen in zwei separaten Büchern veröffentlicht werden, die von Dr. Barrett geschrieben wurden, Cognitive Science, Religion and Theology und Born Believers, The Science of Childhood Religion. Einige der Ergebnisse des Projekts Studien von Emily Reed Burdett und Justin Barrett von der Universität Oxford deuten darauf hin, dass Kinder unter fünf Jahren es einfacher finden, an übermenschliche Eigenschaften zu glauben, als ähnliche menschliche Einschränkungen zu verstehen. Kinder wurden gefragt, ob ihre Mutter den Inhalt einer Schachtel kennen würde, in die sie nicht sehen könne. Drei Jahre alte Kinder glaubten, dass ihre Mutter und Gott immer den Inhalt kennen würden, aber im Alter von vier Jahren beginnen Kinder zu verstehen, dass ihre Mütter nicht allsehend und allwissend sind. Kinder können jedoch weiterhin an allsehende, allwissende übernatürliche Kräften wie Gott oder Götter glauben. Experimente mit Erwachsenen, durchgeführt von Ying zu von der Tsinghua Universität, China, und Natalie Emmons und Jesse Bering von der Queens University in Belfast, zeigen, dass Menschen in vielen verschiedenen Kulturen instinktiv glauben, dass ein Teil ihres Geistes, ihrer Seele oder ihres Geistes nach dem Tod weiterlebt. Die Studien zeigen, dass Menschen natürliche Dualisten sind, die es leicht finden, die Trennung von Geist und Körper zu konzipieren. Das Projekt legt nahe, dass Religion kein Phänomen ist, das nur von einer kleinen Gruppe am Sonntag ausgeübt wird. Die Forscher haben eine Fülle von Beweisen gesammelt, die darauf hindeuten, dass Religion ein gemeinsamer Bestandteil menschlicher Natur in verschiedenen Gesellschaften ist. Dies legt nahe, dass Versuche, Religion zu unterdrücken, kurzlebig sind, da das menschliche Denken auf religiösen Konzepten wie der Existenz von übernatürlichen Kräften oder Göttern und der Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod oder einem Leben vor dem Tod verwurzelt zu sein scheint. Der Co-Direktor von Barrett, Professor Roger Trick vom Ian Ramsey Center der Theologischen Fakultät der Universität Oxford, wies darauf hin, dass Religion keine kurzlebige Angelegenheit ist. Sie sei ein Teil der menschlichen Natur, der über verschiedene Gesellschaften hinweg besteht. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Religion ein gemeinsamer Bestandteil der menschlichen Natur ist, unabhängig von kulturellen Unterschieden oder geografischer Lage. Den Link zu der Studienbeschreibung findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann abonniere uns und like dieses Video.